Ich freue mich natürlich, weil alle extra für mich hier hingekommen sind heute und das ist natürlich sehr, sehr schön, es ist eine große Ehre und deswegen gebe ich mir auch so viel Mühe wie möglich. So, einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von der Presse. Niko hat seinen Zeit genommen, um hier zu bringen und zu bringen, wie wir sagen, zu dem Museum bringen. Es ist ein sehr spezielles Moment, ein sehr emotionales Moment für uns. Ich habe meine eigene Silver Arrow, am Ende dieser Reihe, mit dem Auto von Mika Häkkinen, neben mir, indescribable. Es ist eine sehr spezielle Erfahrung. Untertitelung. BR 2018